Hallo Leute, heute habe ich das Unboxing des Lenovo Z5075 Notebooks. Warum ich euch dieses Notebook dringend empfehle, wenn ihr gerade ein neues Notebook sucht, werdet ihr dann sehen, wenn wir auf die technischen Daten zu sprechen kommen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal den Karton an. Ganz schlicht gehalten, in recycelter Pappe, zumindest sieht es für mich so aus. Vorne mit Lenovo drauf. Hinten haben wir nur den Hinweis, dass da Akkus drin sind. Und hier haben wir den Aufkleber zum Zerschneiden. Im Übrigen mit heute dabei ist wieder das Unboxing-Messer, bekannt aus Film und Fernsehen. So, widmen wir uns dem Öffnen des Kartons. Die Seiten haben wir uns jetzt mal nicht angeguckt, weil da nur die technischen Daten draufstehen und Nummern draufstehen, die jetzt nicht unbedingt relevant sind. Während ich das Ganze hier mal aufmache, spreche ich schon mal über das Notebook. Das ist mit einem AMD-Prozessor ausgestattet, dem FX7500. Quad-Core-Prozessor, der schafft 4x 2,1 GHz im Standard-Takt und 3,3 im Turbo-Takt. Wir haben hier 8 GB DDR3-Rahmen verbaut. Leider nur ein Riegel und nicht zwei. So können wir leider Dual-Channel nicht nutzen. Wir haben hier ein 15,6 Zoll HD-Display. Leider mit TN-Panel. Aber ihr werdet gleich sehen, warum das angesichts des Preises auf jeden Fall zu vertreten ist. Die restlichen Daten erzähle ich euch jetzt einfach mal nebenbei, sonst wird es so langweilig. Da haben wir auch schon das gute Stück. Recht kompakt, würde ich sagen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Da sehen wir das 15,6 Zoll HD-Display. Hier haben wir noch eine Webcam dran befestigt mit einem Mikrofon. Zwar Standard heutzutage, aber ich sage es einfach nochmal. Hier haben wir eine recht schicke Tastatur. Ganz normal mit den niedrigen Tasten, wie das heute auch Standard ist. Auf den ersten Eindruck, würde ich sagen, ist alles Taco. Ist natürlich die deutsche Version, wäre ja auch schade, wenn nicht. Gekauft habe ich das Ganze übrigens bei Saturn. Den Preis erzähle ich mal bewusst ganz am Schluss, damit ihr euch jetzt schon mal so ein Bild machen könnt, was würde so ein Laptop wohl kosten. Schreibt mir jetzt einfach mal eure Tipps in die Kommentare und ich löse das am Ende des Videos auf. Und dann werdet ihr verstehen, warum dieses Notebook für den Preis so mega geil ist, sage ich mal. Wie man hier erkennen kann, das sind Dolby Home Theater Lautsprecher. Wie der Sound ist, werde ich dann in einem Review feststellen, sofern euch ein Review überhaupt interessiert. Schreibt mir das bitte auch einfach mal in die Kommentare. Auf den ersten Eindruck ist auch die Oberfläche hier längst nicht so billig, wie ich das von Toshiba gewohnt bin. Also ich finde, das fühlt sich schon mal deutlich edler an und scheint auch nicht so schnell verkratzen zu wollen, wie die Oberfläche meines Toshiba Notebooks. Einige werden hier vielleicht einen Windows 10 Aufkleber vermissen. Den gibt es nicht, weil ich habe es ohne Lizenz gekauft. Das heißt, ja, komplett ohne Betriebssystem. Ich werde das Betriebssystem dementsprechend also selbst installieren. Das hat mich 50 Euro gespart. Und von daher würde ich sagen, für die Leute, die noch eine Lizenz rumfliegen haben, lohnt sich das auf jeden Fall. Zumal ihr auch Windows 7 Lizenzen nutzen könnt, um Windows 10 zu benutzen. Und die Windows 7 Lizenzen sind ja auch meist nicht so teuer. Seitlich haben wir hier einmal ein USB 3.0 Port, ein USB 2.0 Port, HDMI, ein Gigabit LAN Anschluss, ein VGA Anschluss, die Lüftungsauslässe und hier natürlich den Anschluss für Strom. Auf der anderen Seite haben wir den Anschluss, um das ganze Notebook hier zu sichern. Ob der ist ein Kensington ist, das weiß ich jetzt leider gerade nicht. Könnte aber sein. Wir haben hier einen DVD-Brenner, noch einen weiteren USB 2.0 Port, einen SD-Kartenleser und einen Hybridanschluss für Kopfhörer und Mikrofon. So wie wir ihn eigentlich schon am Smartphone kennen. Während ich jetzt weiter auf die technischen Daten zu sprechen komme, erwähne ich noch weitere Funktionen dieses Laptops. Die Festplattenkapazität beträgt 1 TB. Wir haben hier also eine normale 1 TB HDD, leider keine SSD, aber wie gesagt Preis, das hört ihr gleich noch. Wir haben hier Bluetooth mit eingebaut in der Version 4.0, WLAN BGN, leider nicht AC, aber kann man für den Preis auch nicht erwarten. Und wir haben hier die Radeon R7 M260X GPU verbaut, die für diese Preisklasse auf jeden Fall auch richtig krass ist. So und um euch jetzt nicht weiter auf die Folter zu spannen, ich habe hier einen Preis zu nennen. Ihr bezahlt gerade mal 399 Euro für dieses Notebook. Jetzt schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Preis bitte in die Kommentare, weil ich finde ihn unglaublich für diesen Preis. Dass man sowas überhaupt zu dem Kurs bekommt, finde ich schon, ja, ziemlich krass. Hier haben wir den Akku, ziemlich klein gehalten, ist auch nur so ein 4 Zellen Akku. Hat auch leider nur 2200 mAh, sehe ich hier gerade. Hier ganz klein, ich weiß jetzt nicht, ob man es sehen kann, aber ist auch egal. Jedenfalls soll der damit wohl 4 Stunden halten, aber das werden wir dann auch nochmal überprüfen. Was ich jetzt noch vermisse, ja, ist erstmal natürlich so einen Stecker und dann natürlich auch noch das Netzteil. Das haben wir natürlich auch noch hier recht klein gehalten, hat auch nicht so die super Leistung, braucht es scheinbar auch nicht. Wir haben hier ein Output von 2,25 Ampere, also gerade, ja, vergleichbar mit einem Smartphone-Netzteil. Die meisten haben ja jetzt mittlerweile 2 Ampere oder sogar noch mehr. Das heißt, wir haben hier ein ähnlich starkes Netzteil, was man aber nicht vergessen darf, das leistet ganze 20 Volt Output die ganzen Smartphone-Netzteile. Die sind natürlich niedrig spanniger, das heißt, wir haben da meistens so 12 Volt Output oder sogar noch weniger. Hier haben wir etwas mehr. Ansonsten haben wir nichts mehr in dem Karton. Ja, dann war es das soweit mit dem Video. Ich würde mich über Feedback freuen, natürlich auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr zu dem Notebook ein Review wünscht, ob es für euch in Frage kommt, wie ihr den Preis beurteilt. Und ansonsten könnt ihr auch mal in die Beschreibung schauen, da werde ich nämlich auch einen Kauflink reinpacken, wenn ihr einfach mal das nochmal alles nachschauen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sofern ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich jetzt auch gerne abonnieren. Was ihr auf dem Channel zu erwarten habt, habt ihr ja schon im Intro gesehen. Ansonsten schaut einfach mal vorbei. Bis dann, Leute. Ciao. Das Video hat dir gefallen und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank. Das Video hat dir gefallen. Das Video hat dir gefallen.